die planung für den tisch wie groß der werden soll und die couch dass das bett hier kommt die dartscheibe hinten hin das geht ein bisschen weiter hier ist der ofen sitzbank der tisch wird 60 mal 60 haben da habe ich ja frei schwebend jetzt mal gebaut und da wird die rollen drunter machen nach seite schieben und wege ist ich kann sogar nach vorne schieben dafür spielen und das welchen platz braucht kann die füße drauf machen ich kann einiges einmachen und dem sofa das kann man ausklappen das geht dann bis quasi hier die gestrichelte linie da hat man meter 20 macht 95 liebeflächen hier ist das bleiglas fenster selbst dann geht das super mit dem tisch dass man aneinander vorbeikommt dass man hier noch lang kommt ich würde sagen das sieht geil aus und schon ein super geniales sofa gefunden schön mit kasten dass man auch wieder alles nutzen kann und einen super geilen tisch wo wirklich so die maximale nutzung des platzes mit mit staumöglichkeiten ermöglicht und da baue ich mal noch wollen drunter und da kann ich den wirklich morgens zum frühstück das wird voll cool und ich hatte jetzt seit 2008 kein richtiges sofa mehr das selbst gebaute im bus ja aber das war doch was anderes als ein einfach ein sofa mit einer vernünftigen federung ich freue mich so was von da drauf das wird luxus das in der ofen hier ist ja diese trennwand und speicher stein spügel ein bisschen arbeitsplatte hier noch mal also da ist sowieso schon ein bisschen was neben der spiele und dann sind das so dreist sind weder arbeitsplatte ofen gas also gas herd und runter klappen kann dann wird das auch noch alles arbeitsfläche und der ist es arbeitsfläche und oben drüber hier sind ja schon die wandschränke bis hierhin und hier ist der spiegelschrank hier unten drunter kommt dann die gasflasche hin dann muss ich mal irgendwo in den kasten habe ich schon noch gemacht dass das immer nach unten gelüftet ist da muss ich einfallen lassen hier kommt dann der bürostuhl und dicken arsch hin und hier den laptop den schon noch umdrehen kann kann hier geil liegen und dann bleiglas fenster in der kissenburg in der decke angestrahlt vom ofen nebendran die rein veganen salatblätter und kann dann aber ja so eine lebenssituation hat schon ewig nicht mehr wenn wir arbeiten kann hier tankies mal hier ist das fenster ist der arbeitsplatz für ich will nämlich wieder selbst tankies mal die dann so bürokrams schreibt gebürzt und da drunter vielleicht macht dann baue ich wahrscheinlich in den drucker man noch hier an die wand noch irgendwelche fächer wo ich farben und pinsel sein